Ich hatte vergessen, wie sehr ich diesen Ort hasse. Sehen Sie den Landeplatz? Er muss auf dem Dach sein, sonst würde die Vegetation ihn in wenigen Stunden über wuchern. Shepard, ich fange überall thermische Signaturen auf, nur nicht in Ihrer Landezone. Etwas stört die Sensoren. Das war eine geheime Cerberus-Anlage. Ja. Sie haben alles so gebaut, dass es ewig hält. Arschlöcher! Es war ein Fehler, hierher zurückzukommen, Shepard. Bleib mal locker. Reißen Sie sich zusammen. Kommt schon alles in Ordnung. Mir geht's gut. Okay, gehen wir runter. Nervös, Jack? Natürlich bist du nervös. Aber ein schöner Planet, viel Regen, Bäume. Hin und wieder müsste eigentlich auch mal die Sonne scheinen. Oh oh, Jack. Alles gut? Das sieht aus wie eine Arena. Stimmt. Sie haben hier Kämpfe organisiert. Ich gegen andere Kinder. Ich fand's toll. Bin ja sonst nie aus meiner Zelle rausgekommen. Was wollten Sie denn herausfinden? Keinen Schimmer. Vielleicht hat es Ihnen einen Kick gegeben. Ich habe nie etwas von dem verstanden, was hier abgelaufen ist. Wie oft haben die das gemacht? Ich war mein ganzes Leben lang in einer Zelle. Manchmal haben sie mich rausgeholt und mich kämpfen lassen. Mich mit Drogen vollgepumpt. Andere Sachen mit mir angestellt. Zeit vergeht in einer Zelle ganz anders. Sind andere Kinder bei diesen Kämpfen gestorben? Ich war selbst ein Kind und stand unter Drogen. Wenn ich gezögert habe, wurden mir Elektroschocks verpasst. Durch meine Wehen flossen Drogen, als ich angegriffen habe. Wurden Sie wirklich belohnt, wenn Sie angegriffen haben? Ich habe bei jedem Kampf nach heute dieses warme Gefühl. Was zum Teufel war nur los mit diesen Leuten? Ich weiß nicht. Ist jetzt auch egal. Gehen wir weiter. Sicherheitsoffizier Semkel, Anlage Teltin. Die Subjekte sind aus ihren Zellen entkommen und zerlegen alles. Subjekt Zero wird entkommen. Ich brauche die Genehmigung zur Terminierung. Ich wiederhole, Genehmigung zur Terminierung. Alle Subjekte außer Zero sind entbehrlich. Halten Sie Jack am Leben. Verstanden. Ich beginne mit... So war es nicht. Ich bin ausgebrochen, als meine Wachen verschwunden sind. Ich habe den Aufstand ausgelöst. Vermutlich ist einiges passiert, das Sie gar nicht mitbekommen haben. Die anderen Kinder haben mich angegriffen. Die Wachen haben mich angegriffen. Die automatischen Systeme haben mich angegriffen. Da bleibt nicht viel Raum für Interpretationen. Der nächste Lok? Eintrag 1054, Anlage Teltin. Die letzte Versuchsreihe von Perk Nim war ein Misserfolg. Subjekte 1, 4 und 6 verstorben. Keine biotische Veränderung bei den Überlebenden. Wir haben die Kerntemperatur der überlebenden Subjekte reduziert. Aber es gab keine relevanten biotischen Reaktionen. Alle Subjekte sind daran gestorben. Wir werden das also bei Zero nicht versuchen. Hoffentlich ist unser Vorrat an potenziell biotischen Subjekten groß genug. Wir verbrauchen sie ziemlich schnell. Das ist Quatsch. Die haben doch nicht Experimente an anderen Kindern durchgeführt, damit mir nichts passiert. Sie können nichts dafür, was die den anderen angetan haben. Sie kapieren es nicht, Shepard. Ich habe diesen Ort überlebt, weil ich härter war als die anderen. Das macht mich aus. Das alles wird Sie härter und stärker machen. Das macht mich aus.